Hallöchen zusammen. Ich habe es ja am Wochenende nicht hingekriegt, deswegen muss ich es jetzt heute Montagabend machen. Die dritte und letzte neue Episode steht noch an. Und ich muss sowieso noch ein bisschen aufholen, weil Schwesterchen ist immer noch 75 Punkte vor mir. Und das geht ja so nicht, ne? Schönen Gruß, aber das geht nicht. So, die beiden oben rechts sind von mir. Sonst hat hier keine Sau irgendwas gemacht, deswegen hoffe ich mal, dass ich die beiden Sachen auch noch hin kriege. Dann kriegen die beiden halt keine Belohnung, aber haben sie auch nicht verdient. Hauptsache die funken nicht mehr dazwischen. Also denn. Ach, Herzchen? Was machen die denn? Äh, ja. Keine Ahnung, was machen die? Egal. Äh. Ganz viele Herzchen. Sehr viele Herzchen. Okay. Tja. Hoffentlich bringt das auch irgendwas. Hm. 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 reserves. Tja. Gves. Tja. 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 Also. Gves. Tja. Tja. Tasty. Tasty. Ach komm, egal. Wenn ich von allem noch so viel hätte wie von den gestreiften Lutscherhammern. Die laufen garantiert nicht als erstes auf Null. Na guck. Okay, dann machen die anderen beiden tatsächlich gar nichts. So, gestreifte kombinieren. Ist ja in Ordnung, das wollte ich gar nicht wissen jetzt. Das sieht aber gut aus. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Soda crush. Divine. Das war's für heute. Das war's für heute. Divine. Das war's für heute. Tasty. Das war's für heute. Divine. Okay. Okay. Soda crush. Divine. Das war's für heute. 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 Soda crush. Soda crush. Na guck. Ich will ja für Lutsche hammer. ja es geht auch da ist er sehr gut ja 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 So delicious. So delicious. So delicious. So juicy. 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 So� Um. So hugging. Not a few days. But man can see. First of all. So easy. So plata 오랜만 can shoot. So bloodyFre scientせ. So Okey. So it's about your intellect. So yeah. Tasty. So delicious. Juicy. So delicious. Tasty. Hmm, hmm, hmm. ok jetzt brauche ich noch einen fisch na ok 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 Das war's für heute. Ach komm. Ach komm. Okay, 13 Züge. Das sieht nach Megabombe aus. Ist aber nicht schlimm. Bis jetzt war ich ja sparsam damit. Soll nicht sein. Also Megabombe. So delicious. Juicy. Divine. Man, mach doch nichts. Dödel. 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 Juicy. Juicy. Das macht auf jeden Fall ordentlich Rums Bums. Das macht auf jeden Fall. 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 Hmm. Ah, ich mag sowas nicht. Ich muss erst mit Werbung gucken, ist das ein bisschen blöde. Sonst würde ich das ja machen. Werbung, nicht Werbung, Werbung. Werbung, nicht Werbung. Werbung, nicht Werbung. Werbung, nicht Werbung. ziemlich teuer trotz allem na geht doch ein harz begriffen ok mehr als platz 3 ist noch nicht mehr drin ultra schwer super ok Juicy. Juicy. Wäre es für Megabombe, also ich meine jetzt noch nicht, aber... Sieht ja schwer da noch aus. Okay. Nee, also für den Spaß bin ich nicht zu haben. So delicious. Soda crush. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Da lohnt sich das Verschieben wieder. Aber hallo. Das war's. 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 Das war's.